Welche Zahnimplantate sind eigentlich die richtigen für mich? Wie verhält es sich mit Garantieleistung vor allen Dingen der Hersteller der Zahnimplantate, wenn meine Implantate zum Beispiel nach 10 Jahren verschlissen sind oder kaputt? Was kann ich tun, um sicher zu sein, dass ich auch in vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten Gewissheit habe, dass ich Ersatzteile bekomme bzw. dass ich in meiner Heimat richtig behandelt werde? Um diese interessanten Zusammenhänge geht es heute hier in diesem neuen Video. Also bleib gerne dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen, liebe Zahnifreunde, zu diesem neuen Thema rund um Implantate. Und ich habe mir hier mal einige Fragen heute notiert, die ich gerne beantworten möchte rund um diese ganze Hintergrundthematik. Welche Implantate sind die besten? Wie erhält es sich mit Garantieleistung der Hersteller? Was ist eigentlich ein Implantatpass und wofür ist der wichtig? Welches Material kommt zum Einsatz? Und so weiter und so fort. Starten wir mal mit dem Material zuerst. Also wir sprechen heute hauptsächlich über Titanimplantate. Wir haben andere Themen hier auch auf diesem Kanal zu Keramikimplantaten. Auf diese setzen wir sehr erfolgreich ein. Als Nischenprodukt, allerdings auch als ein Produkt, das durchaus seine Berechtigung finden kann. Wenn du an einer komplett metallfreien Lösung interessiert bist, schau dich gerne hier um. Dann ist das dein Thema. Wir bleiben heute beim Thema Titanimplantate und hier kommen rein Titanimplantate zum Einsatz, die mit hochwertigen individuellen Oberflächen versehen sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel beim Thema Marktführer Straumann Implantate mal bleiben. Hier ist es so, ohne Werbung zu machen, die müssen ja auch alle immer bezahlen und kriegen hier nichts geschenkt. Dann ist es so, dass diese Oberfläche hier eine Roxolit-Oberfläche darstellt. Eine Oberfläche, die eben biologisch sehr aktiv ist mit der S-Selective-Form. Und diese Roxolit-Art sorgt im Titan dafür, dass das Ganze unheimlich fest ist, sehr stabil und sehr wenig Probleme seitens der Frakturanfälligkeit da eintreten. Bei den Implantatherstellern kann man sagen, dass es grundsätzlich einige sehr weit verbreitete Hersteller gibt auf dem deutschen Markt. Hierzu zählt natürlich in erster Linie Straumann als Marktführer, aber auch Implantathersteller wie Chemlock, Noble Biocare, die Systeme von Densply Sirona, auch andere von Megagen und Biohorizons oder Zimmerimplantate sind Implantate, die erfolgreich am Markt sind. Und ich möchte jetzt hier auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Es ist einfach so, dass die Implantate gut funktionieren. Du solltest dir im Klaren sein, dass wenn du zum Beispiel ins Ausland gehst und dir dort ja durchaus berechtigte Hoffnung machst, eine günstige Versorgung zu bekommen, einige tausend Euro vielleicht günstiger, auch die Materialien günstiger sind, dann kannst du für den Moment natürlich schon Geld sparen. Es kann allerdings der Punkt eintreten, dass du dann irgendwann nicht mehr dorthin kommst oder dass das für dich zu aufwendig wird und du dann die Behandlung hier in Deutschland machen musst und hier keine Ersatzteile dafür da sind. Oder eben Behandler sagen, bei den Implantaten sehen wir keine Möglichkeit der Neuversorgung, der Reparatur, wie auch immer. Und dann ist der Weg eben klar. Entweder du akzeptierst die Situation so wie sie ist, lebst so weiter oder die Implantate müssen raus und dann muss das Ganze neu heilen und neu versorgt werden. Vielleicht kann man es mit sofort Implantaten machen. Allerdings ist das dann sehr selten der Fall, wenn man oftmals einen ziemlichen Knochendefekt fabriziert, wenn man noch relativ intakte Implantate nur aus technischer Notwendigkeit heraus eben entfernen muss. Ja, 96 Prozent der Zahnimplantate, das zeigen Studien, sind nach zehn Jahren noch intakt und stabil, so mit der ersten Versorgung drin. Das zeigen etliche Studien. Es gibt weiterführende Studien, die dann bis zu 15 Jahren gehen, irgendwann enden die. Implantate können grundsätzlich ein Leben lang halten. Frage ist, hält die Versorgung darauf auch so lange? Meistens ist das eher der Faktor. Und es geht natürlich um Gesunderhaltung für sich. Darüber wollen wir heute weniger sprechen. Wir wollen nochmal darauf eingehen, wie verhält es sich denn für den unerwünschten Fall, dass zum Beispiel tatsächlich mal ein Implantat kaputt geht. Es kann ja eine Fraktur sein, es kann auch ein Verlust sein. Gibt es da eine Herstellergarantie? Auf die medizinische Leistung ist es so eine Sache mit der Garantie. Da gibt es unterschiedliche Aussagen zu. Wir versuchen da immer einen sehr guten Weg mit den Patienten zu finden. Das Thema ist wirklich nicht so groß, dass wir es hier permanent bearbeiten müssen. Und da bin ich sehr froh darüber, dass die Qualität der Implantate und die Qualität der chirurgischen und der prothetischen Leistung heute in der Zahnarztpraxis in Deutschland so gut sein kann, dass das Thema praktisch nicht wirklich existent ist. Und wenn, dann kann man auch mal den Patienten gegenüber sehr kulant da auftreten. Wenn wir allerdings auf die Hersteller gehen und die geben teilweise, im Vergleich zum Beispiel mal von Straumann, so eine Lifetime-Garantie, dann ist es so, dass die bedeutet, dass wenn du Originalteile eingebaut bekommen hast und diese nachweisen kannst, dass das dann bedeutet, dass du unter Umständen für das Implantat das Material erstattet bekommst oder ein neues Implantat. Und auch für den Aufbau, also das Abutment. Ich zeige dir das mal hier. Und das ist schon ziemlich cool und auch outstanding, würde ich auch sagen. Denn das zeigt ja auch, dass das Ganze offenbar so gut funktioniert, dass die Hersteller immer noch ein gutes Leben haben und auch vom Unternehmen her funktionieren. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann das dann funktionieren, wenn du jetzt da als Patient irgendwie ein Problem hast? Du gehst dann wieder irgendwo hin, das Implantat wurde vielleicht ganz woanders gesetzt. Ja, dann wird es wahrscheinlich etwas schwieriger und das ist auch der häufigste Fall, dass da Implantate bei Chirurgen gesetzt werden. Die Prothetik, der Zahnersatz wird in einer anderen Praxis gemacht. Ein Implantatpass, so wie hier zu sehen, den sollte es immer geben. Da ist dann eingetragen im Aufkleber das Implantat und auch normalerweise dann die Sekundärkonstruktion, also der Aufbau sozusagen. Idealerweise mit dem Aufkleber, manchmal reichen auch Nummern, wenn die dokumentiert sind. Die Praxis soll, ist verpflichtet, das auch richtig zu dokumentieren in ihren Unterlagen, in der Praxis. Also das ist schon vorliegend. Jetzt ist nur die Frage, wo ist das vorhanden? Du solltest den Implantatpass haben. Jetzt sagen einige natürlich zu Recht, ja, wo leben wir eigentlich 2024? Haben wir immer noch so ein kleines Papierförmchen hier, ansonsten ist alles digital. Das scheint offenbar ein Problem zu sein, das zu digitalisieren. Natürlich bräuchtest du dann wieder eine App. Wir haben alle massig Apps auf unseren Smartphones. Wenn du jetzt ein Implantat hast, legst du die App da rauf und wirst dir dann die nächsten 50 Jahre drauf. Das ist unwahrscheinlich. Natürlich kann es sein, dass es sinnvoll ist, wenn du jetzt eine größere Versorgung hast, dass du die App runterziehst. Aber offenbar sind die Implantathersteller da noch nicht so weit. Deswegen diesen kleinen, ja, Oldschool Büchlein, Heftlein mit den Aufklebern drin. Im Idealfall hast du da alles drin und kannst dann sagen zu dem Behandler, ja, okay, ich habe hier alles nachweislich da. Kümmert euch mal drum, dass das Ganze dann so läuft. Wirtschaft wird wahrscheinlich trotzdem anspruchsvoll werden, eine Erstattung zu bekommen, weil eigentlich schon die Praxis dann dafür verantwortlich ist, das Ganze da einzureichen. Und nur wenn sie eine gute Zusammenarbeit hat mit dem Prozess, in dem Prozess auch drinsteckt, wäre es heute ziemlich digitalisiert. Und dann muss das da alles hingeschickt werden. Wird dann kontrolliert. Meistens vergehen vier bis sechs Wochen, bis es eine Erstattung gibt. Kann funktionieren, haben wir schon gehabt und funktioniert dann auch sehr gut. Aber du musst eben alles zusammen haben. Und ich will nochmal klar sagen, du brauchst einen vertrauenswürdigen Partner. Die Aufkleber müssen da sein, der Implantatpass muss da sein. Und ich erlebe es super oft, bestimmt bei 20, 30 Prozent der Patienten, die neu zu uns kommen, die Implantate haben, die wissen nichts von einem Implantatpass oder die haben keinen. Wahrscheinlich ist der Verlorengang bei Pflicht, den auszustellen, hat jede Praxis. Der Implantatpass ist wichtig. Ich will nochmal sagen, der Implantatpass ist wirklich wichtig. Leg dir den sicher weg. Muss nicht unbedingt der Safe sein. Nur wenn du ihn da findest, umso besser. Ja und im Implantatpass stehen dann eben die Lottnummern drin mit den Aufklebern. Und das sollte denn da auch wirklich alles sauber aufgeführt werden. Dann blätterst du einmal kurz durch, wenn du den bekommst und dann sollte das alles okay sein und safe für dich. Was in dem Zusammenhang natürlich nochmal ganz klar gesagt werden muss, es geht hier nur um Originalteile. Es geht um keine Plagiate oder zahntechnisch individualisierte Aufbauten, die teilweise Verwendung finden können. Es geht hier nur um Originalteile, Originalschrauben, Originalimplantate sowieso. Nur dann hast du einen Anspruch darauf, natürlich auch von Implantathersteller da ein Entgegenkommen zu erfahren mit der Lifetime-Garantie, die sicherlich auch andere Hersteller bieten. Und durchaus wichtig zu wissen, es ist schon so, dass auch der Implantathersteller dann schaut, wurde hier sauber gearbeitet. Also es muss ein Protokoll eingereicht werden, auch das OP-Protokoll und auch der Zusammenhang, wie hier die Arbeit ausgeführt wurde. Denn es ist schon so, dass wir hier richtlinienkonform zu arbeiten haben. Nur dann hast du eine Chance, auch da was erstattet zu bekommen. Wenn wir zum Beispiel zu dünne Implantate, mal angenommen im Backenzahnbereich, Kaukraftzentrum setzen, ein 3mm-Implantat, ein Durchmesser, also im 6er-Bereich wäre zum Beispiel viel zu dünn, machst du eine super große Krone drauf, wird passieren, dass da wahrscheinlich irgendwann ein Problem auftritt. Wenn das Implantat dann rausgeht und es wird nachgewiesen, dann wird es da wohl kaum eine Erstattung geben. Bedeutet, auch hier ist sauber zu arbeiten. Wenn du einen zahnlosen Oberkiefer hast, ist eine Grundvoraussetzung, um einen Zahnersatz zu stabilisieren, vier Implantate. Drei Implantate ist zu wenig, ist richtlinienkonform nicht freigegeben. Also ich brauche hier mindestens vier Implantate, um hier auch einen Anspruch zu entwickeln, dass da eine Erstattung kommen kann. Richtlinienkonform Behandlung ist ohnehin eine wichtige Sache. Auch deswegen ist es wichtig, dass sich Behandler immer wieder an neuen Richtlinien und Leitlinien, die rauskommen, jedes Jahr orientieren. Hier gibt es immer eine Weiterentwicklung, sowohl forensisch wie auch wissenschaftlich dokumentierter Studien. Und das ist auch super interessant, weil wir eben dadurch auch weiter lernen und so weiter verbessern können. So, das waren einige hoffentlich interessante Aspekte für dich. Wenn ich einige vergessen habe, was bestimmt so sein kann oder du Fragen hast, die in den nächsten Videos mal beantwortet werden könnten, dann schreib mir gerne hier deine Fragen. Und wenn du einen Zahnersatz auf Implantaten oder an Implantaten interessiert bist, dann geh gerne über unsere Website und buch dir einen Termin. Ich freue mich aufs nächste Video. Danke für deine Aufmerksamkeit. Dein Dr. Christian Schubert Dein Dr. Christian Schubert